So, damit hallo und herzlich willkommen zurück und ja wir brauchen dringend Materialien. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir da schnell und unkompliziert vor allem rankommen wollen. Könnte interessant werden, ich muss das jetzt mal aktivieren, damit wir ein Wheel Trader, da müssen wir doch mal hingucken, das interessiert mich dann was ein Wheel Trader ist, eine Ecke weit weg. Sechs Kilometer, das ist nicht ohne. Na gut, ich sag mal hier, wenn wir das hier sehen, unser Hydrogen Vorrat reicht auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Aber trotzdem ist es schon so ein bisschen ärgerlich. Ok, sieht so aus als hätte es einen Unfall gehabt. Strom hat es noch. Wir müssen auf jeden Fall als erstes die Geschütze platt machen. Also falls es hier drin Geschütze hat. Das ist gut das Zeug hier. Ja. Ok, müssen wir jetzt schnell weg. In der Hoffnung, dass sie uns nicht erwischen. Da ist sie. Oh, was kommt da denn an? Ach der Scheine. Supply Cache. Ok, 1,5 Kilometer Entfernung. Ok. Ok. Auch eher uncool. Ein bisschen zumindest. Hier ist ziemlich viel los wieder. Hauptsache die kommen nicht zu nahe. Das wäre eher so ein nicht so guter Moment. Und dann schweiß man das gleich mal hier. Ok, ok, ok. Das heißt, hier packen wir jetzt das hin. Dann kommt da das dran. Und da kommt dann ein Kolben dran. Wobei das mit dem Kolben passt nicht so richtig. Hm. Müsste. Oh, der hat das hier. Ich habe falsch einen Block da hingelegt. Ja und dann den Kolben da dran. Weil ich jetzt den Kolben da hin packe. Würde das zwar gehen. Aber... Ja gut, warum eigentlich? Ja genau deswegen. Da schreibt man sich. Maverick 19222 ist gerade der Ork Army beigetreten. Nicht schlecht. So. Und... XOO FAB OO ist auch beigetreten. Krass. Herzlich willkommen an euch beide. So. Sehr gut. Das heißt, das Förderband funktioniert. Wir sehen jetzt schon mal. Ja alles grün. Wunderbar. Schnaft. Ok, ok, ok. Das heißt dann hier kommt jetzt erstmal noch sowas hin. Kleines Stahlrohr. Ach ja sehr gut. Lassen wir hier noch ein bisschen berkeln. Ok, dann kann ich das gleich recyceln. Große Steuerrohr haben wir gesehen. Naja. Ist nicht so dramatisch. Und jetzt können wir den Kolben anbringen. Das finde ich gut. Ok, große Steuerrohr. Wir sehen, da fehlt noch ein gutes Stück. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hm. Ok, das ist ulkig. Warum? Weil das noch zu... Ja, weil es noch zu nah ist. Also ich glaube 4,7 müsste es eher werden. Hm. Probieren wir mal 4,75. Ach dann 4,8. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ist ja schlimm. Holen wir uns erstmal große Stahlträger, äh, große Stahlrohre würde ich sagen. Falls wir denn sowas noch haben. Ne, haben wir nicht mehr. Wäre auch irgendwie nicht anders zu erwarten, oder? Hm. Wie ist noch Sonne? Da hinten war es eben voll dunkel. Ach, schrecklich. Ach, geht nicht mehr. Was ein Witz, ey. So viele Teile, die da benötigt werden. Tja, na gut. Ich verabschiede mich an der Stelle erstmal. Wir sehen uns ja dann übermorgen wieder. In diesem Sinne. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.